Triff dich mit den anderen. Aber was ist, wenn sie ihr altes Leben wieder aufnimmt? Dem Weg ihrer Eltern folgt. Das kann sie nicht. Schwarze Tränen sind für immer versiegelt. Aber egal, ich bin mir sicher, dass sie uns einfach nur vergessen und nach vorne blicken will. Danke, dass du mir den Abblick verschaut hast. Ich will nicht darüber reden. Ja, hii... Diho, irgendwie höre ich mich gerade so wenig. Du kannst ruhig um Lars weinen. Nie wieder. Eher laufen mir Skorpione die Wangen herunter als Tränen. Das ist ja eigentlich ein abgefahrenes Plattenkamer. Was? Oh, nichts. Ein Mammut. Ich werfe dir deine Liebe nicht vor. Sie hatte wirklich Macht über Männer. Was nicht sehr schwer ist. Faye hat mir nicht gesagt, dass wir nicht darüber reden? Ähm, es scheint... Also, äh... Ich muss mir doch wegen dieser Fire Barons keine Sorgen machen, oder? Tja, mein Gott. Die Feuerfürsten sind längst weg. Aber wenn sie jemals zurückkämen... Würden sie uns Leben verbrennen. Die Feuerfürsten sind gewaltige Krieger. Ja, kleinen Moment. Ach, da soll ich ungefähr lang. Ach, der Bereich der Karte. Da konnte ich ja die ganze Zeit nicht hin. Okay, fahre ich erstmal wirklich da. So. Habe ich eigentlich gesagt, dass wir Brüte Letten sind hier? Wie weit ist Mangus gefahren? Wir wollten uns in Death's Clutch treffen. Ist das so wie... Wir sehen uns in der Hölle? What's up? Da. Also, äh... Ich muss mir doch wegen dieser Fire Barons keine Sorgen machen. Das hattest du schon, das hattest du schon. Mangus, die Feuerfürsten sind längst weg. Aber, wenn sie jemals zurückkennen... Würden sie uns Leben verbrennen, machen wir sie jetzt doch zu Fuß platt? Nee, nee, keine Sorge. Ich wollte nur hier kurz... Ist irgendwo ein Hinterhalt? Hier was gucken. So, einmal kurz gehustet. Warum soll ich so eigentlich? Wenn ich extra schon mein Mikro vormute. Und was ist jetzt? Machen wir sie jetzt doch zu Fuß platt? Die Feuerfürsten sind gewaltige Krieger. So, so. Würdest du vielleicht einsteigen? Dankeschön. Irgendwie kommt mir das hier sowas von... Ja, leer vor. So, wie es aussieht eben. Wow. Fahren wir ein bisschen durch die Gegend und fahren und fahren und fahren und fahren und fahren und... Jetzt meint sie ja doch wieder. Drei Monate später. Okay. Braves Hündchen. Irgendwie läuft es mir gerade schaurig den Rücken runter. Eddie! Mangus, bist du am Mischpult? Es ist früh, Mann. Sieh mal hier runter. Es ist später als du denkst. Sie ist diejenige, die uns ganz einfach mal macht. Eddie! Wer sind die Kerle? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber wir müssen sie loswerden, um unsere Fanbase zu sichern. Okay, dann klopfen wir uns doch mal da durch. Ja, danke. Danke, Baby. Danke, Baby. Wir haben schon den Kopf verlor und greifen trotzdem noch an. Ich muss doch mal wissen. Na, na. Ach so. Okay, das war der Letzte. Du weißt, wer die sind. Und das, welche Meer sie trinken. Ich weiß nur, dass ich mich um unsere Fans kümmern muss. Aufgefahren! So, der ist schon mal mein. Und... Eddie, da kommt noch mehr, verdammte, den Hügel raus! Der ist auch schon mal mein. Ich hab sehr wenig geredet. Äh... Warum wurde mir der angezeigt? Ach so, weil er fertig ist. Ähm... Ich weiß irgendwie leider gar nicht so sehr, was ich, äh, erzählen soll. Ach... Ach... Die hab ich schon gar nicht... gesehen, irgendwie. Na, 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 na. Ich soll zum Fliegen Dings verwenden. Ach so, dann könnte ich zum Beispiel... Schnell hier hin. Ein Gitarren-Solo spielen. Auch nicht schlecht. Gut oder nicht, bin ich mir noch nicht sicher. Überquere den Fluss, Eddie, schau! Okay, das scheinen alle Fan-Gayzire zu sein, die ich besitzen kann. Ähm, was holen wir denn? Hier holen wir was. Und ein paar Pferdkämpfer. Zerstörung! Ist so lustig, der Merchandise-Stände. Erstmal muss ich, äh... Türme finden. Ich glaube... Also, die stecken immer noch verdammt viel ein. Aber das... Äh... Dass das... Äh, was will ich sagen? Dass ich, äh... Kettenblitze verteile, ist, glaube ich, äh... Nicht ganz so... ...schlecht. Ach, du bist meiner? Ich schwapp... Komm, die... Klopfen wir eben noch. Klopf, klopf. Der Part ist vorbei. Recht... Merkt mir, die Gestimmung ist das irgendwie gerade. Wir sehen uns im nächsten Part. Ende Tee. Na dann, tschüss.